Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, ja. Hier ruhig mal ein Stückchen weiter zur Seite. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab gar nicht gesehen, dass du mit dem Großen ausgeholt hast. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, na ja. Kommt ein bisschen schärfer jetzt der Letzte bei. Der Letzte? Der Letzte. Der Letzte, ja. Also, Joe darf auch schon ein bisschen schärfer schießen. Ja. Geiler Handballer, Digga. Vielleicht mit dem richtigen Handball. Ja. Nein! Nein! Hatta, Junge! Hatta! Machst du mehr oder mehr? Ja, ich bin nicht. Ich würde sagen, es macht einfach jeder zwei. Beziehungsweise, mal hat er halt was angefangen hat. Wir haben zwei. Ja, komm! Welcher? Dann hat er Angst, auf den Maulitz zu fallen. Statt in den Ballen! Statt in den Ballen! Keine Stattfall! Passt du dich? Oh, der passt gut! 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 Schönen, danke! Ja, wohl! Ja, wohl! Ja, wunderbar. Ich habe mich da ein wenig irritiert gefühlt. Das hilft ja auch nicht. Wofür fängst du an mit dem kleinen? Das sage ich dir doch nicht. Das ist geil. Jawohl. Ja. Ach, da habe ich jetzt. Sorry. Sag mal, wann sind denn die Hosen eigentlich da? Ja. Ich bin gerade auf meiner Hosen. Ich bin bestätigt von Siebertermin. Ich bekomme den nächsten Wochen im Motor. Du müsstest das 8,50 oder 9,50. Das wäre wahrscheinlich kurzer. Geh mal nicht so einen spitzen Winkel. So einen stumpfen Winkel. Einen anderen Winkel. Malte. Was dann? Wie viel? Einst du jetzt nicht. Boah, meine. Was kann ich in die Mannschaftskasse geben? Kevin Wölkern. Komm. Ja. Hau dir. Achso. So, wenn Malte noch quadrierst. Was macht er doch mit Absicht? Ich glaube Malte würde alles lieber machen als joggen. Ok, stop. Ready? Was? Ja. Oh, weh! Kass, die kann man so wieder nehmen, ja? Ja. Gut. Wie in zehn, mesures. Gah! Er ist gut. Woher kommen! Woher kommt! Hier kommt! Wer kommt! Woher kommt! Wer ist gut? Komm! Jawoll, sehr schön. Nach 34 Minuten ab, der ist vor. Bei uns wäre es so, dass der Stürmer vom Lechner reinlaufen würde, Ich schieße, wenn der Endverteidiger hier daneben wird. Jawohl. Mein Handy. Ja, lass mal. Ich hab Bock noch Notdienst. Joa. Wir bringen morgen früh. Notdienst. Nein! Ich glaub, Jo kann mal Pauli ablösen, oder? Joa. Ja. Ihr müsst da auch ein bisschen mitdenken. Da denk ich doch nie dran. Vielleicht zum Zählen. Du bestellst dich mit drei unterschiedlichen Bällenwerfeln. Schwer zu mir, die Kunden, dass der Notdienst nicht besitzt ist. Mann, Mann, Mann. Boah, der ist ein Scheiße hier. Komm, komm, komm! Ja! Siehst du? Viel besser. Ja, sehr schön, Joel. Siehst du, Malte, viel effektiver und viel weniger fehleranfällig. Boah, Gott, ey. Ach, der Lübe ist schlecht, ey. Ja, nach zehnmal einem großen Ball dachte ich, wir können wieder einen kleinen. Oh, ja. Ich hab schon nach dem ersten irgendwie. Da kannst du dich auch, ne? Kein Schwung im Falle. Ah, sorry. Ich lass mal kurz ne neue Pause machen. Machen wir das auf der anderen Seite nochmal mit ein bisschen mehr Abständen, so wie wir das gerade eben, wie wir es hier haben, so mein ich. Die Sprünge gefallen mir viel besser. Ja, deswegen mal schauen, ob das wirklich an den Hütchen lag, dass die nicht, dass die beieinander standen. Geh auch kurz auf den Weg. Ach, Herrmann. Muss beides kacke. Das war ja, trotzdem. Schau dir das? Ja, es gibt. Sing em, nicht. Du bist doch nicht. Du bist doch nicht geschenk zu machen. Schau dir das ist es nicht geschenk zu machen. Du bist kurz, was sie auf dem Weg hin? Ja, ich locale, was sie. Die Räume sind das nicht geschenkt. Vielen Dank.